Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Stappenbach. Ja, ich habe erstmal zwei Wiesen gemäht. So, ein bisschen vor... Oh, Spur. Mehr habe ich erstmal noch... Nicht gemäht. Warte mal, ein bisschen schneller werden hier. Wir gucken erstmal, wie viel es überhaupt gibt, ne? Das wäre ja erstmal interessant zu wissen. Damit wir ungefähr einen Anhaltspunkt tauchen, ne? Und deswegen wollen wir jetzt wenden. Aber wir machen gleich jetzt ein Bildchen. Ich wollte noch ein bisschen Vorsprung, ne? Oh mein Gott, ich muss noch missen. So, jetzt reicht es auch. Jetzt klappt das Wenden hoffentlich auch bestimmt, ne? Nicht so wie beim letzten Mal. Hat es ja nicht geklappt, weil kein Sommer war. Dahinten steht noch der hier jetzt sehen, ne? Boah. Ich habe da erstmal hingestellt, weil wir haben ja noch ein paar Wiesen zu mähen. So Gemüse, das wächst echt tuttig. Ich bin schon schwer von begeistert, dass das jetzt alles läuft, ne? Aber ich muss jetzt halt erstmal noch ein bisschen Gras machen und Futter für unsere Mutterkühe. Wie heißt das Mutterkühe? Ich sage da Mutterkühe zu. Damit wir da ordentlich was ans Start haben, ne? Dass das alles tuttig über den Winter geht, ey. Das macht mir am meisten Kopfschmerzen, dass ich da nicht über den Winter komme mit meinem Futtermittel. Ja. Weiß ich noch nicht, ne? Ich bin noch nicht so von begeistert. Ich glaube, wir müssen auch für das Bobcat mal so eine kleine Pike kaufen. Und wir die Ballen vernünftig einlagern können, ne? Aber das machen wir dann mit Lenkrad, ne? Dann baue ich das Lenkrad auf und dann Ballen stapeln wir mit Lenkrad. Ja, heute wollte ich eben noch eine Folge für euch für morgen früh aufnehmen. Und dann reicht es mir auch bis Sonntag in ganz Tasche fast nur am PC. Wie gesagt, gestern war ja mein Bruder noch gegrillt. Und vorher haben wir für ihn noch ein neues Sofa von seiner Mama geholt. Oh, der ist so ein Samstag mal ruckzuck weg, ne? Und der fehlt dir dann irgendwann. Und das habe ich jetzt heute noch ein bisschen wieder reingeholt. Aber wenn ich den ganzen Tag vor diesem Quackeldingen sitze, dann hast du auch irgendwann keine Lust mehr, ne? Das wollte ich mal ganz ehrlich sagen. So ein bisschen Sonntag wollte ich auch noch machen. Vorerst morgen wieder in die... ...auf den Manaloche geht, ne? Aber hier wird kein Bock drauf morgen. So. Das schicker IHC hier. Klapp mal aus der Gemüse. Diesmal klopft das Wenden, aber ich sag euch das. Nicht so wie beim letzten Mal. So, ich soll ihm ein Bildchen machen. Schickig, Freunde, ne? So. Schließt wieder gerade, ja. Mach mal an. Willst du immer noch nicht wenden? Warum willst du denn noch nicht wenden? Halt mal an. Ich glaube, ich weiß, warum. Das ist nur Vorspul. Wegen Regen. Da steht nur Feuchtigkeit. Hier können wir noch mehr hin, ne? Irgendwas ist ja immer, ne? Ich komme noch zu meinem Heu. Warte, du, der ist noch. Ne, mein tun wir gleich. Du bist schon dahinter. So, ich muss den Wagen noch leer machen. Ich habe keinen Schlepper gerade frei. Wo tun wir denn den Mist hin? Ich weiß es echt noch nicht. Will der immer noch nicht. Kurios, kurios. Verstehe ich gerade nicht. Es ist Sommer. Wir haben keinen Frugling mehr. Wir haben keinen Frugling mehr. Jetzt muss es gehen, oder? Ja, jetzt. Viele Kampfeiler gebohnt, Leute. Weil der noch das Regenzeugen war. Deswegen ging das nicht. Jetzt aber anders. So. Veräppnung konnte ich nie alleine. Du brauchst das Spiel nicht für, ne? Hier. Tutti kompletto. Richtig gut. So soll es sein. Heu braucht die Welt. Zumindest unsere Ränder. Du konntest ja nicht vorn so, siehst du ja nix. Ich würde schon ganz gehen hier. Ein bisschen was geben. Viel Schwab mit damit, ne? Also viel mehr breiten. Passt ja perfekt, ne? Ich hab den anderen 1255 ohne Allrad, den hatte ich gar nicht vom Schwader abgehangen, da steht ja immer noch an den Hof. Aber dann müssen wir auch den Nese echt mal Mist fahren. Ich weiß auch gar nicht, wo wir das hinlagern. Wir haben oben an den großen Feldern, haben wir so ne Hütte, ne? Da könnten wir das dann... Alles klar. Kannst du mich jetzt hier veräppeln oder was? Da könnten wir das rein kippen, ne? Aber wenn wir das brauchen, dann da aufladen. Aber das ist auch wieder so viel Maluche, ne? Hin und her kacken und wenn du es dann brauchst... Ach ne, ich kann ja auch den Miststreuer noch holen, ne? Hier steht ja an der BDA. Also den halt holen. Und dann... Lass mal da noch was reinladen. Also ein Scream in Problem. Aber das reicht auch nicht immer. Schick die Freunde hier mit den Feldgrenzen, ja? Ich bin froh daran. Wie besitzt das Land, ne? Hast du erst ein paar Mal gekauft, deswegen kannst du es ja auch noch gar nicht besitzen. Hammer, ne? Feldgrenzen, ey. Das ist nicht schön mit den Feldgrenzen. Aber ich glaube, das war generell immer ein Problem auf der Stadtenbach, ne? Mit den Feldgrenzen. So langsam kommt man wieder rein in alles 17, ne? Dass du hier aufpassen musst, ach... Schon cool. Macht Spaß. Kann ich euch nur empfehlen, ne? Auch mal selbst den einfach anzuschmeißen. Das macht echt Laune. Auch wenn das Spiel schon älter ist... Shit the loop. Einfach mal zocken. Das ist ne coole Art Fechslung. Ich hab mein Fernseher ausgemacht. Und das läuft. Kann ich eben noch die andere Wiese eben durchschmeißen? Dann können wir nach oben schwabulieren. Aber Pressen kommen wir heute nicht mehr zu Ende. Pressen machen wir heute nicht mehr. Heute ist Sonntag. Morgen geht's wieder arbeiten. Dann müssen wir auch mal ein bisschen Pause machen, ne? Oh, nee. Ich bin ein sein Schwatt hier gleich nochmal hin. Oh, nee. Hey. Das ist ja so, ne? Das müsste ja so sein. Machen wir den direkt... Aber keine Schmerzen, ne? Rucki zucki. Mit dem Wanderer kriegst du echt was geschafft, ne? Post. Die ist Post. Die ist Post. Und formen wir eben gerade aus. Das ist besser dann am Ende. Das ist ein Knick immer hier drin, ne? Das ist auch nicht wahr. Ich geh mal gleich schon weg. Oh, ich glaub ich brauch ne größere Mähkommie, ey. Das hält doch ganz schön auf, wenn die wir dann hier so am... in Tütern bis bei den Flächen mit den beiden Mähwerken, ey. Krass. Wir haben Zeit genug, aber... Hält schon echt enorm auf. Wir müssen natürlich auch noch alles wieder einstapeln, ne? Aufladen und so. Da fehlt nur ein Drama, ey. Der zackt wohl. Ja, vielleicht schon die erste, wie die fettig. Schwutzdiwutz. Das war der erste Strahl. Liebe Leute. Das war der erste Strahl. Auf zum zweiten. Ich brauchst aber lange, bis du eigentlich geklappt bist, ne? Ja. Gefällt mir. Richtig gut. Boah, was hier alle zu verkaufen ist, ne? Stell dir mal vor, du willst das alle bewirtschaften. Kannst du ja warnen. Aus der 24-Tage-Season und 35 Helfer. Und 30 Traktoren, ne? Mann, Mann, Mann. Ah, geht schon mit unserem ERC. Ich hoffe, da kommt ordentlich was bei rum. Wenn es so viel bei der Grasausbeute. Wo der Regen und man ist hier enttäuscht, schwarz. Wenn es überhaupt nichts war. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaoskanal. Und ihr wollt nichts mehr verpassen. Würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.